Guten Tag meine liebe Schüler und Schülerinnen, wie geht's euch? Ich vermisse euch sehr. Ich bin Frau Sarah und das ist die sechste Stunde. Vier Grundstufe, Lektion vier, wir machen einen Fluhmarkt. Das ist die Seite neun und zehn im Buch. Wir können das miteinander lösen. Schreibe die Zahlen in Wut an. Das ist, ich schreibe von Bist wie Arabisch. Nicht Englisch, nicht set it, nein. Ich beginne hier von Nummer acht. Acht und drei, sech. Vier, ich beginne hier, drei und fünf, sech. Vier, neun und neun, sech. Vier, vier, nicht acht, vier und acht, sech. Und alle Worte enden mit sech oder sech. Sieben und siebzig. Und hier, zwei und zwanzig. Ich beginne hier, fünfunddreizig. Ich beginne hier, acht und achtzig. Ich beginne hier, sechzezehn. Ohne S. Nicht sechzezehn, sechzezehn. Und hier, von hier sieben und vierzig. Das ist die Seite zwanzig im Booklet. Was passt hier nicht? Nummer eins. Das Heft. Eins, drei, zehn. Das Heft zehn. Alle sind normal. Nummer zwei. Zehn, neun, vier, zehn. Der Ball. Der Ball. Nummer drei. Praktisch. Sechs, drei, acht. Praktisch. Nummer vier. Kaputt, alt, langweilig. Neun. Das ist neun. Nummer fünf. Die Vase. Das Buch zwölf. Der Ball. Zwölf. Und hier. Das ist die Seite einundzwanzig. Neun. Das ist der Neun. Was ist das? Das ist achtundsichtzig. Was ist das? Elf. Was ist das? Dreizehn. Was ist das? Und hier. Sechsundzwanzig. Und was ist das? Und hier. Vierundzwanzig. Dreißig. Vierunderdreißig. Was ist das? Nummer plus zig oder zig. Neunzig. Und hier. Nummer plus zig. Vierzig. Vierundzwanzig. Dreißig. Und hier. Vierundzwanzig. Wir können die Zahlen hier schreiben. Fünfundzwanzig. Wir schreiben hier. Es ist die Seite zweiundzwanzig. Fünfundzwanzig. Wir machen X. Und hier sind fünf. Hier sind zwanzig. Einhundertdreißig. 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 Sechsundneunzig. Sechsundneunzig. Wir machen X. Hier sind sechsundneunzig. Achtundsichzig. Wir machen X. Hier sind achtundsechzig. Einhundertdreißig. Wir machen X. Das ist einhundertvierzig. Zweiundunddreißig. Zweiundunddreißig. Wir machen X. Hier sind dreiund... Zweiundunddreißig. Und hier, das ist die Seite zweiundzwanzig im Buchwitz. Wir können das schreiben. Wir schreiben hier einhundert. Dann die Eppelwitz. Einhundert. Einhundert. Dann von hier fünfundfünfzig. Das ist neunzehn. Das ist siebenzehn. Das ist von hier sechsundsechzig. Genau. Ohne S hier und hier. Wir schreiben S. Das ist hier einhundertfünfzehn. Hier. Von hier dreiund siebzig. Das ist siebzig. Das ist fünfund achtzehn. Von hier. Das ist von hier vierundvierzig. Das ist von hier zweiundfünfzig. Und hier, die Stunde kommt zu Ende. Konzentriert bitte. Lernet viel. Danke und auf Wiedersehen.